liebe youtuber hier noch einmal kurz bei mediamarkt gewesen mir cube geholt in der erstmals in hd für 12 euro 99 habe schon teuer ich sehe gerade das ist von nameless das teil das ist von nameless das teil da deswegen ist das so teuer ich habe ja jetzt eigentlich gerechnet wollte eigentlich genossi seinen neuesten song haben dachte jetzt eigentlich so dass er jetzt schon in den lägen steht weil heute nacht war ja premiere um 0 uhr sein neues lied alge und das wollte ich mir eigentlich holen ja hier nameless blu ray sogar mal mit wende cover wow von konstantin films wenn man gespannt falls ihr den noch nicht kennt hier in der neuauflage in der blu ray lasse ich mich mal überraschen cube ein richtig geiler film kann ich jeden nur ans herz legen der zweite teil soll rot sein dritter teil ist wieder gut aber top nicht den ersten auf jeden fall also ja erstmals in hd finde ich klasse cube 1 klasse film